Plötzlich am Morgen. Alles, was ich getan habe. Alles, wofür ich stehe. Wer hätte damit gerechnet? Hätte nicht so kommen müssen, aber haben wir eine andere Wahl. Weißt du noch, als wir Kinder waren? Und ich dir... ...nachlief. Du wolltest mich loswerden, aber... ...aber ich hab's immer weiter versucht. Ich mochte deine Autos nicht. Oder Hockey. Und deine Freunde waren nicht. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttert habe. Und ich habe nur gehofft, du würdest mich bei dir wollen. Doch irgendwann habe ich nur noch gehofft, dass du dich mal umziehst. Kommst du nicht mit uns? Nein. Der Beginn einer Apokalypse. Ich bin nicht alleine, doch ich habe Freunde entdeckt. Es gibt also doch Überlebende. Doch nicht alle sind freundlich gesonnen. Inzwischen habe ich neue Freunde kennengelernt. Diese sind genauso... ...wie ich. ...wie du. Wie wir. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Aber was ist das nur für ein Geräusch? Ein Zombie, glaube ich. Ein Zombie, glaube ich. Ja. Ich glaube, die Luft ist rein. Ich weiß nicht. Irgendeiner müsste irgendwie gucken, ob da irgendeiner noch ist. Ich bin mir da übelst unsicher. Es kann alles mögliche passieren. Shit, man. Ich war auf jeden Fall erst mal mit Zombies. Boah, wie schnell es jetzt schon wieder tags geworden ist. Wir haben echt Glück. Ja. Wie lange haben wir jetzt hier gewartet, Mann? Richtig lange. Ich weiß nicht. Die ganze Nacht, oder? Boah. Das fühlte Ewigkeit. Ich habe ehrlich gesagt, habe ich Schiss rauszugehen. Ich will nicht. Ich werde sowieso wieder der Erste, der stirbt. Ich werde immer als Erster erschossen. Das ist echt mies hier. Egal, ob CSGO oder sonst was. Richtig übel. Kann man eigentlich aus den Fenstern sehen? Gibt es hier Möglichkeiten? Ja, aus den Fenstern kann man schauen. Ich schaue schon gerade. Das ist echt mies hier gerade. Übelst mies. Ich höre jemanden. Da ist jemand, da ist jemand. Das war ich. Ich bin gesprungen. Achso. Boah, Leute, übertreibt. Also Leute. Nein, nein, ich schaue mal gerade aus dem Fenster. Für die Leute, die es nicht wissen, wir sitzen hier gerade wirklich in der Bedrohle. Wir sind über das Feld gelaufen, schnell hier in die Kirche. Da war ein Auto. Wir haben uns auf dem Feld sofort niedergeduckt. Hingelegt. Auto hat uns aber schon gesehen. Ja, und dann sind wir hier rein. Und jetzt haben wir das dumpfe Gefühl, dass hier irgendwelche Gegner noch draußen sind. Wir sind aber ultra unsicher. Wollen jetzt gar nicht austragen. Warte mal, warte mal. Ich habe zwei Zombies. Ja. Siehst du was, Shui? Sind das wirklich Zombies? Ich sehe draußen nichts. Sind das wirklich Zombies? Das ist jetzt die Frage. Ja, die stehen vor der, äh, an der Türe. Ich gehe mal gucken. Wenn ich sterbe, dann verstecken meine Pornos. Ich renne. Das ist lebensmüde, Mann. Bist du verrückt? Warte, ich komme auch mit. Hilfe. Okay, ich habe Glück gehabt. Ich habe Glück. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh, Leute. Gibt ihm ein Zieh. Da ist jemand. Wo? 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 Mit einer Rifle. Da, 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 da. Aber nicht. Der rennt gerade rum. Okay, wartet, 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 wartet. Verdeckt euch irgendwie. Deckt euch. Ich habe eigentlich nichts mehr Wichtiges. Wir sollten am besten mal mit ihm sprechen. Wir können auch rennen. Ne, rennt lieber. Rennt lieber. Der kann nur einen von uns treffen. Okay, dann rennen wir weg. Der zielt gerade. Der zielt gerade. Ja, rennt zickzack. Der trifft euch nicht. Die meisten sind zu blöd zum Ziehen. Die meisten sind zu blöd zum Ziehen. Lauft einfach. Ja. Ey, ich habe Hunger. Das ist echt mies. Energie, 10%. Da hinten Wohnwagen. Der schieb geschossen. Richtung Wohnwagen. Richtung Wohnwagen. Ja. Vielleicht gibt es da was Gutes zu looten. Boah, das war einer von der scheiß Basis da. Oh mein Gott. Das Lustige war jetzt, in der Kirche war sogar eine Basis. Überleg mal. Ja. Ja, wir waren auch schön blöd, dass wir da reingeratmen. Ich glaube, ich habe im Auto gehört. Also, die nehmen wahrscheinlich die Verfolgung. Nein, Liga. Wir müssen trotzdem machen. Ja, ich glaube nicht. Ja, wir laufen einfach. Ich denke schon. Meinst du? Ja. Oh, ein Campfire. Wir laufen weiter. Wir laufen weiter. Scheiße. Ey, ich kacke gleich ab. Ich habe Hunger. Ich habe 0 Energie. Wie viel hast du noch? Ich habe 0 Energie. 0? 0, das ist schlecht. Ja, wir sollten... Wenn du wirklich 0 hast, stupst du. Moment, ich gebe dir was. Wo bist du? Wo bist du? Ach da. Ich bin hinter dir im Moment. Ach sie warten. Wenn ich was hätte. Warte, ich gucke mich mal und schau mal, ob ich irgendwen sehe. Verdammt, ich glaube, ich habe nichts mehr. Gib mir unbedingt Deckung. Gib unbedingt Deckung. Hast du nichts mehr erwartet? Was kann ich denn noch essen so? Oh, oh. Blackberry. Ich esse... Blackberries habe ich glaube ich auch noch ein paar. Nee, der kommt nicht. Nein, ich habe nichts mehr. Ich habe Barbecue-Chicken. Oh ja, gib auch noch. Her damit. Oh, Schuhe, du siehst ja richtig... Hier, ich kacke im Barbecue-Chicken. ...Richtig Militär-mäßig aus. Sandwich. Wird schön. Danke. Oh, you have no space for that. Ich habe keinen Platz dafür. Wie viel Hunger hast du jetzt? Wie viel Energie in Melek? 6% gerade. Hier, gut. Esst du erstmal Melek? Warte. Schuhe da hinten sind Blackberries. Ich habe hier gar keinen Platz. Ja, du kannst es ja rauswerfen, dann essen. Nein, 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 nein. Drück Tab. Hier. Und dann einfach Rechtsklick. Drück Tab, Rechtsklick, esse. Ich habe es, ich habe es. Ich habe es, ich habe es. Einen Moment, ich esse es eben schnell. Boah. Wir hätten den Typen gerade auch einfach umbringen können. Das ist so Survival hier. Oh, der ist er noch! Wo, 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 wo? Die haben die Verfolgung aufgenommen. Shit. Wo? Wo denn? Boah, Leute, rennt, rennt. Rennt um euer Leben, rennt um euer Leben. Wo schießt denn der? Von links. Oh Gott. Rent mal Richtung Wald, da nach hinten. Ich glaube, die haben den Wagen mitgenommen. Da hinten ist aber eine Basis im Wald. Oh, oh. Das ist keine gute Idee. Dann in die Richtung. Boah, was ist hier los? Nein, 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 nein. Wir laufen jetzt hier lang. Hier, hier, hier. Wo bist du? Wo ist hier? Da, 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 da. Du bist an der Basis vorbei? Ja. Okay, all in. YOLO. Das ist eine richtige YOLO-Aktion jetzt. Wir haben hier höhere Chancen, hier nicht getroffen zu werden, als da hinten, wenn wir den Leuten in die Arme rennen. Stimmt, 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 stimmt. Und jetzt wahrscheinlich ist auch keiner von denen... Oh mein Gott, sind das viele Häuser. Ja, das ist das Problem jetzt. Das ist echt hier übel. Wir müssen so schnell wie möglich, müssen wir uns einen sicheren Punkt suchen. Ohne Scheiß, das wird... Das ist nur eine Basis. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich sehe viele so wenig von uns. Ihr könnt übrigens die Blackberries, die hier alle sind, die könnt ihr nebenbei noch aussammeln, ne? Ja, ich mach's gerade, ich mach's gerade. Ich glaub, da hinten ist jemand. Stopp, bleibt bestehen. Wo? Wo, da hinten? Ah ne, doch nicht. Hab mich verguckt. Ich bin runtergerannt, ne? Wo seid ihr? Ich hab euch verloren. Ah ne, da rennt er. Ich transferiere gerade noch ein bisschen. Ihr wisst schon, wie man nach hinten sieht, oder? Und, äh, und gleichzeitig weiter rennt. Wie denn? Äh, wenn du auf... Wenn du T... Mit T rausschaust und dann alt gedrückt hältst, kannst du nach hinten schauen. Warte mal, so... Ich komm dir nicht hinterher. Da hast du einen Shoei-Look. Komm dir noch hinterher? Eins, zwei, wer ist das da hinten bei den... Äh, sträuchern? Niemand. Niemand, okay. Im Zombie. Boah, alter, Shoei! Lass mich mal eben kurz... Boah, hast du mich jetzt erschreckt! Okay, das passt sehr gut. Ich, äh, bau mir noch ein paar Pfeile, dann können wir nämlich gleich noch mehr angehen. Hier ist auch noch ne Basis, fuck! Ist das dein Ernst? Wir sind überall Basen! Oh Gott! Das ist... Wo seid ihr? Marco? Oh, Leute, wir sind... Wir haben ein Problem. Auf dem Berg oben. Okay, ich komm da oben. Fische. Ja. Weil... Wir bräuchten selten... Wir bräuchten selbst eine Basis. Ihr wisst schon, dass wenn wir da oben auf dem Berg stehen, sind wir wie eine Zielscheibe, ne? Wir schreien förmlich getötet zu werden. Oder wir bitten förmlich darum. Hier ist noch ne Basis, alter Schwede. Lass mal ganz auf, auf, auf den, äh, auf den Berg. Ganz oben. Ja, gut. Nein, 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 nein. Nur zum Gucken, die Kulisse. Scheiße, der rennt bei uns hinterher. Der rennt bei mir hinterher. Boah. Sollen wir, sollen wir da nach hinten? Schaut mal da. Schaut mal hier. Azi, willst du das mit dem Bogen? Ja. Gut. Ich mach mal hier eben kurz ein, äh... Fabien. Auch nicht. Jetzt, Alter. Ne Feuer. Hier? Ne Feuer. Ja. Ich brauch was zu futtern. Achso. Rauchzeichen und so. Äh, sehr unruhtes. Ich brauch einfach was zu futtern, das ist egal. Oh, scheiß. Das ist echt, liebe hier. Guck mal, da hinten war die Kirche. Aber soll ich euch sagen, was das Gute ist? Diese Idioten haben gerade Kurien umsonst verschossen. Ja, Mama. Na gut, dann setzen wir uns mal kurz hin. Warte, ich mach das an. Ich bin der König der Welt. Da. Oh, Backe, 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 Backe. Oh ja, erstmal am Feuer wärmen. Das kann ja was werden. Ich hab leider kein Essen mehr, ne? Ich hab gar nichts mehr. Was kann ich denn da alles noch reinschmeißen? Oh, ich hab auch nix. Ich hau mir da mal eben zwei Steaks rein, nehm euch mir. Ja, ich seh's gerade. Lass es dir schmecken. Wir müssen erstmal schauen, dass wir nochmal zwei Rucksäcke bekommen. Ich schalte auch noch ein bisschen Ausschau. Nicht, dass hier noch irgendwelche sind. Saron guckt auch schon gerade. Mit dem Fernglas, ne? Ja, ich auch die ganze Zeit. Mit dem Fernglas. Ja, ja, ich hab ein Fernglas. Mega praktisch hier gerade. Ja, und für die Leute, die erst jetzt eingeschaltet haben, ihr könnt auch nochmal Azis Kanal abchecken. Und Schuis Kanal, ich werde es auf jeden Fall in die Videobeschreibung schicken. Macht ihr ultra Spaß mit den Leuten. Und wir dachten uns natürlich, ja komm, kannst du mal natürlich mal aufnehmen, weil das Spiel natürlich auch ultra Spaß macht. Auch wenn es gerade momentan in einer Beta-Alpha ist, wie man so schön sagt. Early Access, ihr kennt das ja. Nicht alles ist hier zwar perfekt, aber ihr seht's. Es macht ultra Spaß. Und ist halt fun. Wir sollten langsam weiter. Ja, das ist jetzt so viel. Also ich hab jetzt genutzt das Feuer, sehr gut. Oh, da hinten hat dir ja einen Baum gefällt. Hast du das gesehen, Azzi? Boah, da hinten. Ungefähr 200 Meter links von dem Wasserturm. Da unten ist ein Zombie nur. Boah, das ist endübel. Da hinten ist auch... Und von links kommt auch noch ein Zombie. Ja, ich seh's. Zombies sind kein Problem. Übrigens Zombies immer mit nem Bogen oder so kaputt schießen, weil... Es sei denn, es macht unser Axtfreund hier, Freddy West Jason. Scheiße. Schuhi ist mega gut und begabt, glaube ich, mit Axt kämpfen hier. Weil die können ab und zu mal Loot fallen lassen. Und den mal kaputt machen, ne? Ja. Die Zombies. Dann kann keiner unsere Fährte aufnehmen. Genau, so hat niemand eine Spur. Wisst ihr, was richtig übel wär, wenn die uns jetzt mit dem Auto noch verfolgen würden? Nein, glaub ich nicht. Haben wir Glück gehabt. Boah, stell dir mal vor. Das wär auch voll gepokert. Die müssen erst mal Sprit verballern. Und die wissen ja gar nicht, wo wen gelaufen sind. Langsam. Normalerweise hatte ich das ganze Essen. Mach mal den Zombie da, Pott. Also der Typ da, was die Freunde jetzt hier natürlich die Zuschauer nicht gesehen haben, weil ganz ehrlich, da war ein Wahnsinniger mit nem Jeep. Boah, das sah richtig übel aus. Quasi. Deswegen sind wir ja auch in die Dinges gerammt. In die Kirche. Ja, lass mich erstmal hier meine Pfeile wieder machen. Ich hab genügend Holz für Pfeile. Ich bin schon fast wie Silent Hill, ey, echt. Keine Dinn. Pures Survival Action. Einfach Hammer. Seid ihr schon weitergegangen, weil ich bin noch am Craften? Nee, ich bin hier oben. Nein, nein, wir sind noch in deine Nähe. Schau ein bisschen. Und wenn wir natürlich so stehen bleiben oder so, ne, und irgendwas jemand craftet, dann bitte am besten geduckt, weil ich glaub, die würden uns so viel zu schnell merken. Beziehungsweise entdecken können. Deswegen immer ein bisschen vorsichtig. Bei den Burschen. Und auch für die Leute. Sollen wir mal Wasser holen? Für die Leute, die sich fragen, warum wir so ultra vorsichtig spielen. Der Grund ist eigentlich der, weil wir jedes Mal übertrieben aggressiv angegriffen werden. Und das meine ich wirklich radikal auf der schlimmsten Ebene, wie man es hier auch so schön... Also richtig asozial. Ja, wo man sagt, Hände hoch oder so. So richtig asozial. Die ballern dich dann einfach nur nieder. Richtig schlimm. Ich habe mal fünf Leute umzingelt in einem Haus und habe mich dann abgeknallt. Ja, oder sagen zu dir, die sind friendly und hauen dann trotzdem drauf. Ja, oder schießen von hinten auf dich. Das macht gar keinen Bock, ey. Ganz ehrlich, das stört. Was hat der? Drei Kugeln. Geil, kann ich die haben? Ich habe noch Dingspistole. Ich habe 30 Schuss in meiner Pistole. Was, 30? Ja. Alter. Wie gesagt, das ist zu wenig, zu wenig. Shift gedrückt halten, ne? Shift gedrückt halten und einfach rausziehen. Ohne Spaß. Wohin rennen wir jetzt? Am besten da hoch... Ne, wohin? Sollen wir Richtung Wald rein? Ein Zombie hat es auf uns abgesehen. Wieder. Ja, der Zombie will es wissen. Zombie will es wissen. Ja, ich lasse den mal, genau. Ich locke den so ein bisschen zu mir, der ist ja sowieso... Der hat zu viel Minecraft gespielt. Such bronze. Also, jetzt hätte der Wilhelm-Screen gut gepasst, ne? Ah! Da oben ist ein Typ. Da oben ist ein Spieler, der ist da lang gerannt. Wo? Zum Wasserturm. Wollen wir da wirklich hoch? Wo denn? Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Der haut ab, der haut ab, der haut ab. Egal, hinterher, hinterher. Ich würde eher sagen, wir gehen zum Wald, aber das Problem ist, der könnte uns ja auch verfolgen. Tötet mal den Zombie. Ich glaube, der hat einen anderen Spieler hier umgebracht. Lass mal erst zum Wasserturm. Ja, der hat einen anderen Spieler umgebracht. Der Zombie? Nein, nein, der Typ. Hier ist noch eine Pistole, Shui. Nein, es gibt ihn mir bitte. Oh, der Loot. Wo ist Loot? Ja, der Typ, der gerade weggerannt ist, hat hier einen anderen Spieler umgebracht. Deswegen, äh, wahrscheinlich hat er gedacht, das sind, äh, ne? Ja, das könnte sein. Das könnte selbstverständlich auch sein. Und der hat wahrscheinlich gedacht, dass wir seine Freunde sind. Und jetzt, äh, geht's ihm an den Kragen. So würde ich auf jeden Fall denken. Leute, ich hätte die Beine in die Hand genommen. Problem. Ich hab 50, nee, ja, ja, nee, nee, hat sich erledigt. Leben fühlt sich wieder auf. Okay, lass, lass mal hier lang gehen. Wo lang bist du? Achso, da. Wär gut, wenn wir zu Päuser. Nicht direkt auf die Straße, aber schnell über. Warte, ich füll mal eben kurz Wasser ab. Warte, lass mal kurz warten noch. Oben. Ja, stimmt, ich kann auch nochmal Wasser abfüllen. Gute Idee, Shui. Ja, so ist es. Was brauche ich nochmal dafür? Normale, leere Flasche, ne? Ja, genau. Sehr praktisch. Einer, oder mindestens einer muss immer aufpassen. Ja, einer sollte echt aufpassen. Warte, ich mach zwei voll und dann könnt ihr, äh... Ich schau grad ein bisschen. Auch da nach hinten. Dann müssen wir gleich das nochmal abkochen, ne? Ja. Das ist echt übel, ey. Okay, könnt. Heiliger. Wir haben echt Glück gehabt mit der Kirche. Kann ich das Wasser hier trinken, oder was? Nein, du musst voll abkochen. Daddy Water. Ich hab noch vier reine Flaschen Wasser. Ja, ich auch noch sieben. Aber wie kann ich das denn benutzen jetzt? Kenn mich ja damit nicht aus. Da unten ist so, wie es... Ich hab vorne... Moment, wo ist der Fluss? Da hinten ist ein Fluss. Wenn wir da einen Campfeier machen, können wir das wieder... Naja. Auffüllen. Ja, okay. Also müssen wir aber erstmal die Straße wegnehmen. Oder wir trinken jetzt erstmal uns alle halt den Durst weg. Hier hinten. Schaut mal hier in diese Richtung. Da willst du hin, oder, Azzi? Ich bin noch am Auffüllen. Ich seh's nicht. Azzi, hast du purified Wasser? Ja, sieben Stück. Gut, gib mal bitte dann. Dann müssen wir nämlich erstmal alle voll machen und dann... Ich hab zwei schon mal auf den Boden geschmissen. Gut. Ich brauch was zu essen langsam. Ich hab nur noch 40. Oh mein Gott. Voll am Betteln hier. Ohne Spaß. Wir versuchen uns gerade... Ja. ...so übertrieben noch am Leben zu erhalten. Ey, das ist Hammer. Richtig heftig. Ist nicht zu Spaß. Zum Glück hab ich einem Spieler noch... Zum Glück hab ich einem Spieler noch... ...zwei Weapon Repair Kit abgenommen. Chewie? Sehr gut. Ja, bitte. Soll ich für dich auch noch einen Erste-Hilfe-Kasten machen? Nein, ich hab 100%. Dankeschön. Ja, ja, aber sicherheitshalber halt. Äh, ja, bitte. Ich hab ihn auch wieder aufgefüllt. Können wir? Okay, Moment. Ich mach schnell für dich noch... Okay, wo hattest du hingezeigt, Melek? Was meintest du? Siehst du das Haus da hinten? Äh, ja. Wollen wir da hin oder wohin gehen wir? Dort findet man aber fast nix. Wenn wir hier weiter lang gehen, da hinten sind wir eine Stadt. Dort hinten siehst du schon Häuser. Okay, 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 dann ab dorthin. Direkt. Wollen wir direkt in die Stadt? Ja, wir brauchen es unbedingt. Wir haben es so nötig. Warte mal. Was los? Und bleibt immer in Bewegung. Okay, war nur ein Soundgeräusch. Bewegt euch immer ein bisschen. Bleibt nicht stehen, weil ich finde schon, dass man uns... ...mega gut hier entdecken kann. Mega gut sehen kann. Ja, gerade hier oben. Ja. Weil wir zu piert sind. Da hinten ist Cronberry. Oh nein. Wollt ihr echt zu Cronberry? Oh, mein Cronberry... Ich war vorhin in Cronberry. Da ist nicht so viel los. Aber ein Cronberry ist auf jeden Fall gut. Ich weiß, wo man direkt einen Rucksack herbekommt. Ja, dann lass. Auf nach Cronberry. Ich esse eben noch kurz Beeren. Moment. Julie ist Rucksack geil. Ja, ist echt so. Ich brauche mir da... Ich brauche mir da einen fetten Eastpack. Ich bleibe bei Melek. Ja, danke. Okay, Melek kommt schon wieder. Warte, wie heißt es? Ich kann keine Blackberries aufsammeln. Weil du vielleicht genügend hast? Doch, ich kann. Ne. Oh, da ist eine Basis. Wir müssen ultra aufpassen. Wir müssen so ultra aufpassen. Das kann schnell in die Hose gehen. Das kann schnell in die Hose gehen. Mega fokussiert. Das kann aber auch so schnell in die Hose gehen. Julie und ich sind zufälligerweise mal in einem anderen Spieler mitten auf dem Berg irgendwo in der Wildnis auf ihn getroffen, sag ich mal. Wir sind auf ihn gestoßen. Und der hat uns erst mal direkt abgeballert. Okay, hier ist eine Basis, aber nichts drin. Okay, aber geht nicht so schnell. Ihr habt ein bisschen noch Rücksicht auf uns. Also auf uns. Wir müssen hier drin schnell sein. Auf uns. Das ist wahr. Okay. In der Stadt muss man immer schnell sein. Das Apartment sieht auch ziemlich unheimlich aus. Ja, ist echt so. Sieht mega unheimlich aus. Ich war da mal drin und da draußen habe ich mich wirklich umzingelt. Einfach nur Asi. Shit. Und dann bin ich dann runtergesprungen. Das ist mies. Azi, du weißt wohin, ne? Ja. Gut. Wir sind fast da. Oh, gut, gut, gut. Da hinten in einem der Dinners, da ist immer unterm Tresen von der Bar, ist immer ein Rucksack. Wenn ihr immer was zu essen wollt. Was, 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 was? Da hinten ist was? Da hinten ist Burger King. Achso, ich dachte schon. Alter. Da war ein Schuss. Nein. Oh. Ich habe es nicht gehört. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, wenn die Schüsse so kommen. Oh mein Gott. Ich könnte auch immer wetten, da wäre jemand, ey. Das sind diese pure Paranoia, die man hat. Das war zwar sehr weit weg, aber... Ja. Dann war der vielleicht nicht für uns. Okay, hier wurde gerade gelootet. Echt? Scheiße. Das heißt, hier ist jemand. Der Rucksack ist weg. Der war kürzig hier. Oder auf dem anderen. Oder beim anderen. Oh mein Gott. Immer die Müllcontainer durchsuchen. Da gibt es immer was wie, äh, Barbecue... Ne, der Rucksack ist weg. Geh in das nächste Haus. Oh, hier ist Munition. Wo seid ihr jetzt? Ich habe euch, glaube ich, irgendwie verloren. Äh, das ist für Sturmgewehr. Ich habe euch, glaube ich, verloren. Nein, hast du nichts. Nein, doch da, okay. Boah. Direkt weg. Ohne Map ist das heftig hier. Äh. Da ist ein Baseballschläger. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja, einen Baseballschläger brauche ich jetzt gerade nicht. Hier ist eine Axt. Wo? Wo? Wenn eine Axt braucht. Und hier ist eine leere Plastik. Im Übrigen, im Übrigen habe ich noch ein Gewehr, ne? Nur zur Info. Ich müsste noch ein Gewehr haben. Was für ein Gewehr? Wie heißt das denn gleich? AR-15. Äh, Shui hat dafür gerade eine Munition aufgesammelt. Soll ich dir das geben, Adzi? Nein. Willst du mir das geben, Adzi? Die Muni? Ich habe die nicht. Shui hast du schon? Ey, draußen ist, glaube ich, wer. Draußen ist, glaube ich, wer. Okay, Leute, berückt euch jetzt. Still. Ich war gerade draußen für eine Sekunde. Hallo. Saren, wo war's das? Ui, ui, ui. Ich vertreib. Sollte nicht langsam sein. Ja, hier ist niemand. Äh, ja, Jungs, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, hier in die Gebäude rein, oder? Auch wenn es riskant ist. Wir müssen, wir müssen es einfach wagen. Oder wir müssen es einfach wagen. Wir haben jetzt schon fast 20 Minuten lang. Da hinten ist ein anderer Spieler. Da hinten ist ein anderer Spieler. Wir müssen uns verfolgen lassen. Ehrlich? Ja, da war gerade einer, der ist über die Straße gerannt. Mit einer Axt. Shit. Welche? Die Straße hier, wo wir drauf gucken können? Ich, ich geh scouten. Ah, fuck. Wo bist du hin? Wo seid ihr? Ich bin mitten auf der Straße. Warum kommt er nicht mit? Ja, wir dachten, da wäre jemand. Deswegen haben wir nochmal geguckt. Sicherheitshalber. Wir sind vier Leute. Zwei davon haben Pistolen. Mit genügend Schuss. Okay. Ich hab jetzt auch eine Pistole. Leute, lasst uns irgendwo rein, bitte. Irgendwo verschanzen. Wir müssen einen guten Weg, äh, guten Platz finden. Das wäre echt besser jetzt hier, weil wir rennen hier echt wie die blinden Fische rum, wie die blinden Hühner. Nein, sind wir nicht. Wir brauchen erstmal Sachen. Hier ist, äh, hier sind Ferngläser. Hier sind Ferngläser. Ich hab schon Ferngläser. Hier in der Mülltonne. Wer will? Wo bist du denn? Nein, brauche ich nicht. Wo bist du? Hier, 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 hier. Hinter euch. Ach da. Okay, Moment. Hier, der, den Boden, T-Bag. Gib her. Das Problem ist, ich hab ja keinen Platz mehr, ne, im Inventar. Shit. Na, ich muss was... Okay, dann lassen wir das kommen. Wir müssen so schnell wie möglich hier weg. Ja. Wir sind Zombies. Ja. Überall sind Zombies. Okay, ich hab Fernglas genommen. Soll ich schon, ich muss grad was essen. Ich hab euch, glaube ich, wieder verloren. Wo bist du? Weiß das. Ich bin immer noch da, wo die Mülltonne ist. Irgendjemand schießt hier. Hier hinten, hier hinten, hier hinten. Ja, das ist Ati, der schießt, Captain Zombie. Boah, ich würd schon sagen. Naja. Teamwork, Shui. No, Steamwork. Lass mal gucken, ob ich was ist. Da ist Muni. Lass mich die bitte auch... Ich renn mal rüber. Wir sehen uns vielleicht bei einer nächsten Episode, liebe Freunde. Vielleicht geht's weiter. Vielleicht haben wir ja viel, 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 viel mehr jetzt dieses Mal gelootet. Ihr seht selber, wir kacken richtig ab, wenn man's so mal sagen darf. Wir sehen uns. Bis dahin. Erst in einer Kirche. Dann auf einmal über die Felder. Wir wurden verfolgt. Obendrauf haben wir noch ein wenig, ein wenig, ein bisschen im Marktplatz. Ein bisschen gestöbert, würde ich mal sagen, oder? Außerdem könnt ihr mich selbstverständlich kostenlos abonnieren. Wir sehen uns, wie immer, in der nächsten Episode.